Hallo zusammen, ich bin Sam. Ich mache die Lehre hier im Kantonsspital Aarau als Dentalassistent im zweiten Lehrjahr. Ich werde euch heute meinen Tag zeigen. Kommt doch mit! Zuerst begrüsse ich den Patienten im Wartezimmer und begleite ihn anschliessend ins Behandlungszimmer. Da der Eingriff schon geplant wurde, konnte ich den Behandlungstisch schon vorbereiten. Da ist es natürlich wichtig, dass man gute Kenntnisse über die Instrumente hat. Als Dentalassistent sollte man Interesse an der Medizin haben, aber auch vor allem an der Zahnmedizin. Wichtig ist es, dass man Freude am Kontakt mit Menschen hat und vor allem einfühlsam kann sein. Natürlich gehört auch ein administrativer Arbeitsteil dazu. Da drin gehört zum Beispiel Termine abmachen, E-Mails schreiben oder auch telefonieren mit den Patienten. Die verwendeten Materialien wieder aufbereiten ist ebenfalls ein Teil von meinem Job. Das Team ist offen und sehr hilfsbereit, was es einfacher macht zum Zusammenarbeiten und ebenfalls die Unterstützung ist sehr gross. Mir gefällt die Abwechslung in dem Beruf und das Zusammenarbeiten im Team und dass es immer etwas dazu gibt. Wir im Kantonspital Aarau suchen Menschen mit Herz. Wenn du auch dazugehörst, dann bewillt euch doch bei uns als Dentalassistent. Das Team ist ein Teil der Abwechslung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020